Parkraum ist gerade in Ballungsgebieten knapp geworden. Und da kommt vielleicht manch einer auf die Idee, die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung außer Acht zu lassen. Warum es keine gute Idee ist, sich mit einem Verbrenner auf einen E-Ladeparkplatz zu stellen, das erklären wir euch heute in diesem Video. Mein Name ist Klaus Heimgärtner, ich bin ADAC-Clubjurist. Dass man ohne weiteres von einem Behindertenparkplatz abgesteppt werden kann, das dürfte wahrscheinlich allen von euch bekannt sein. Aber habt ihr auch gewusst, dass euch Ähnliches droht, wenn ihr mit einem Verbrenner auf einem E-Ladeparkplatz steht? Das Oberverwaltungsgericht Münster, in Nordrhein-Westfalen zuständig für die Entscheidung der Verwaltungsgerichte, hatte nämlich darüber zu befinden, ob das Abschleppen des Verbrenners auf dem E-Ladeparkplatz rechtmäßig gewesen ist. Folgendes war dort passiert. Ein Verbrenner wurde abgeschleppt, der in einer Haltebucht geparkt war, wo eine Parkbeschränkung herrschte. Dort waren nämlich folgende Verkehrszeichen aufgestellt. Der Halter des abgeschleppten Fahrzeugs war nämlich der Meinung, dass diese beiden Zusatzzeichen alternativ anzuwenden seien, dass man also entsprechend entweder mit Parkschein oder mit einem E-Fahrzeug dort parken konnte. Der Halter klagte gegen den Kostenbescheid des Abschleppens und hatte damit schon mal vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen keinen Erfolg. Aber auch in der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster kam ja nicht viel weiter, weil dort sagte das Gericht, es bestünden keine ernsthaften Zweifel an der Richtigkeit des Verwaltungsgerichtsurteils. Die Gerichte sahen nämlich diese Beschilderung als ausreichend und völlig unmissverständlich an. Das Oberverwaltungsgericht wies zudem darauf hin, dass diese Verkehrszeichen von unten nach oben zu lesen sind und sich ein Zusatzzeichen immer auf das darüber liegende Zeichen bezieht. Diese alternierende Anwendung, wonach sich ein Zusatzzeichen auf das Verkehrszeichen jeweils beziehen kann, scheidet damit völlig aus. Die Gerichte sahen zudem die Abschleppmaßnahme als verhältnismäßig an, weil durch das Parken des Verbrenners der Zugang zu der Fläche und auch zu den Ladestationen für die privilegierten E-Fahrzeuge nicht mehr gegeben war. Und die Unannehmlichkeiten und Kosten des Abschleppens stehen nicht außer Verhältnis zum Zweck der Maßnahme, diese Parkflächen für E-Fahrzeuge zum Laden freizuhalten. Daran änderte auch der Einwand des Halters nicht, dass zum Zeitpunkt seines Parkens andere Plätze fürs Laden noch zur Verfügung standen. Weil, wenn man diese Logik weiterverfolgt, würde es bedeuten, der Falschparker entscheidet darüber, ob in dem Parkzeitraum, in dem er vorhat, dort das Fahrzeug abzustellen, andere Fahrzeuge zum Laden kommen wollen oder nicht. Deshalb stellten die Gerichte eben nicht darauf ab, dass es konkret um eine Beeinträchtigung geht, sondern bereits das Abstellen des Fahrzeugs genügt, dass eben potenziell E-Fahrzeuge diesen Raum nicht mehr zum Laden nutzen konnten. Aber nicht nur Verbrenner bekommen Ärger, wenn sie ihre Fahrzeuge auf E-Ladeparkplätze stellen. Auch E-Fahrzeuge selbst, die auf solchen Plätzen nicht laden können, abgeschleppt werden. Zumindest dann, wenn es sich um eine Privatstraße handelt. Das entschied nämlich das Amtsgericht Charlottenburg. Das Gericht hatte nämlich bereits im Jahr 2016 entschieden, dass ein betroffener E-Fahrzeugmieter die Kosten eines Abschleppens in diesem Fall zu tragen hat. Dabei war in der Privatstraße folgende Beschilderung aufgestellt. Bei den beiden vorhandenen E-Ladeparkplätzen war nämlich ein Platz belegt und er parkte auf dem anderen Parkplatz, konnte aber den E-Ladevorgang nicht starten, weil sein Kabel nicht passend war. Vor Gericht argumentierte er nun, dass die Eigentümerin der Privatstraße mit dieser Beschilderung allen E-Fahrzeugen ein kostenloses Parken ermöglichen wollte. Das Gericht folgte dieser Argumentation aber nicht. Eine Auslegung dieser Beschilderung kann nämlich nur bedeuten, dass man nur dann rechtmäßig mit dem Willen des Berechtigten parkt, wenn man ein E-Fahrzeug dort abstellt und dieses eben auch tatsächlich zum Laden angeschlossen hat. Da der Nutzer das Fahrzeug aber gerade nicht zum Laden angeschlossen hatte, beging er letztlich eine Besitzstörung, weil es sich ja um eine Privatstraße handelte. Und gegen eine solche Besitzstörung kann sich der Grundstücksberechtigte immer mit Hilfe einer Abschleppmaßnahme wehren. Wäre der Fall auf öffentlichem Grund eingetreten, ist unklar, ob hier abgeschleppt worden wäre, weil im Jahr 2016 gab es noch keine Verkehrszeichen, die definierten, was der Ladezustand sein soll. Seit August 2022 gibt es aber im Rahmen des Elektromobilitätsgesetzes ein neues Zusatzschild, das die Parkzeit auf das Laden beschränkt. Dass das Parken von E-Fahrzeugen auf öffentlichem Grund aber nach wie vor mit einigen Fragezeichen versehen ist, könnt ihr diesem Video unternehmen. Und Informationen rund um das Thema Falschparken, gerade auf Superparkparkplätzen, die findet ihr hier. Das war es für heute zum Thema Falschparken auf E-Parkplätzen. Euch weiterhin gute Fahrt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.